Hallo Leute und herzlich willkommen zu Minecraft. Ich bin gerade erst aufgestanden, vielleicht hört man ein bisschen, bin auch ein bisschen müde und ich weiß gar nicht, was wir noch machen wollten und also ich wäre eigentlich dafür, dass wir mal noch kurz gucken, dass wir hier Level 30 verzaubern können, wenn wir sind, ist Level 28, gucken wir nochmal. Kriegt uns zwar noch nichts, weil wir haben nur, ähm, wir haben noch ein scheiß Pickaxe, weil deswegen, ha, ähm, okay, dann müssen wir noch kurz Zuckerrohr, ach, erst schlafen, erst schlafen wir mal kurz und dann holen wir uns ein bisschen Zuckerrohr, damit wir Bücherregale bauen können. Weil auch, wenn wir das dann schon voll haben, will ich trotzdem, äh, also, wenn wir schon Level 30 verzaubern können, will ich trotzdem, also, ach, egal, möchte ich das Ganze voll haben, weil es einfach besser aussieht. Ich glaube, ich bin da drauf gesprungen, oh, da ist auch noch ein Krieger. Also, mein Schiff, naja, hier ist schon ein bisschen, ähm, hallo? Oh, nee, hier ja nicht. Oh, stimmt, hier wollten wir auch noch weiter machen. Haben wir das in der letzten Folge gemacht? Ich weiß nicht, die letzte Folge ist schon so lange her. Oh, toll, jetzt haben wir auch alles ausgegeben, naja, nein, nein. Können wir gleich hier noch weiter machen? Oh, toll. Ähm, wir können aber, oder, nee, warte mal. Weil, ich würde eigentlich gerne in den nächsten, ähm, folgen, mal wieder so ein bisschen in die Höhle. Um auch so ein bisschen Level zu farmen. Um dann die Spitzhacke zu verzaubern. Könnten wir eigentlich, äh, so ein bisschen anfangen, also, Spitzhacke macht und so weiter. Aber wir haben hier zwar noch viel. Und auch schon eine Diamantspitzhacke. Können wir noch so ein bisschen Essen mitnehmen. Wo haben wir den Ding? Alles klar. Okay. Ja, warte, wir können hier einfach Holz nehmen. Wir können hier schon eigentlich ein Regal zu uns machen. Warte, wir haben noch Holz. Wie viel Eisen? Das ist ja auch unnormal. Okay. Okay. Wackelt müssen wir vielleicht noch ein paar machen. Sowieso Holz müssen wir mitnehmen. Oh. Einbieterregal. Ja, immerhin das. Vielleicht ist auch das das Entscheidende. Ja, tatsächlich. Ja, okay. Dann können wir einfach alles weglegen. So. Dann nehmen wir auch mal noch die ganzen Sticks mit. Müsste eigentlich dann reichen. Ja, Eisen werden wir bestimmt auch wieder finden. Können wir. Lässt es verwöhnt. So. Ja. Ähm. Dann können wir mal runtergehen. Würde ich sagen. Eigentlich brauchen wir unten gar nicht mehr. Ich weiß ja nicht. Also ich habe es zwar glaube ich noch nie gesagt. Ja. Aber es ist so ein kleines Minecraft Projekt in Planung mit ein paar anderen YouTubern. Wir kennen bestimmt Varro. Und das Ganze möchten wir auch machen. Nur halt in einem kleinen Kreis sozusagen. Und ja. Das fände ich ganz cool, wenn das zustande kommt. Wollte ich mal ansprechen, weil. Nicht gerade unwahrscheinlich, dass das passiert. Wir haben schon ein paar Teams registriert. Es sind halt Duos. Es sind Duo Teams. Ähm. Und ja. Das wäre auf jeden Fall spannend. Das Ganze. Was denn? Ah. Ich muss ja gar nicht. Ich muss ja weiter runter. Stimmt. Oh. Das hat es gebracht. Ja. Hier haben wir nun. Oh. Scheiße. Jetzt haben wir gleich keinen Platz mehr. In dieser Kiste. Naja. Egal. Wir. Gehen hier mal weiter. Oh. Ich habe gestript. Das wusste ich gar nicht mehr. Ich habe gerade ausgegraben. Ich bin einfach hier mal zum Beschluss von dem Gang. Und graben mal weiter. Jetzt habe ich keine Schaufel. Egal. Dann machen wir das halt so. Von der Hand. Das war jetzt lieber in der Höhle. Warte mal kurz. Ich muss kurz was trinken. So. Ich gehe nochmal zurück. Wo wir das letzte Mal gestript haben. Dann machen wir da weiter. Also hier wahrscheinlich. Oh ne. Hier haben wir auch noch. So. Wie soll ich auch. Haben wir nicht mal ein Logosystem gefunden? Glaube. Ich glaube schon. Aber das war glaube ich auch auf der anderen Seite. Wo ist es egal. Oh. Heidstone. Alter. Das sieht ja übel krass aus. Das ist aber schon. Das ist noch cool. Aber. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Eisen. Das holen wir mal kurz. So. Gut. Ja. Es wäre halt geil. Wenn wir noch den ein oder anderen Diamanten finden würden. Wäre ich sehr cool. Oder vor allem Redstone. Weil es gibt halt Level. Und wir brauchen Level. Weil wir ja gestorben sind. Das sind halt belastend. Genau. Das Winter Texture Pack. Das bleibt einfach bis. Äh. Anfangs Februar. Dann werde ich switchen. Das folgt statt. Übrigens am 30. Januar. Vorsichtlich. Das heißt die erste Folge würde dann am 31. Januar kommen. Bei den meisten. Und. Ähm. In dem Projekt werde ich nicht das Texture Pack. Oh. Diamanten. In dem Projekt werde ich aber nicht das Texture Pack. Also das Winter Texture Pack haben. Da werde ich wieder das normale haben. Okay. Nehmen wir doch diese Diamanten gleich mit. Natürlich schade, dass ich jetzt noch keine Pizza gehabt habe. naja 6 tiers nicht schlecht grüßig so wie die erde ja auf jeden fall stabil mit 6 diamanten können wir auf jeden fall schon was anfangen ich hatte auch eine idee weiß zwar nicht ob das so gut einpassen zwar mehr da ich muss euch das gleich noch mal zeigen wenn man ja rauskommt zum beispiel auch gerade hier aus der mine geradeaus hat mir eine relativ große fläche ich glaube ich da so ein haus von soll aber so ein moderneren style bin ich mir ein bisschen unsicher weil ich besser geil aber weiß nicht ob das dazu passt auch man das war so dumm dass wieder gestorben sind eigentlich hätten wir den jemanden auch sein lassen können bis wir eine dingssplitter haben wir das so markieren können und dann erst auf oder weg ab und so oder ja 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 also hier ist gerade eine fledermaus sturm das heißt hier ist doch eine höhle in der nicht also diese scheiß erde und hier ist ja auch noch schon wieder ich glaube dies nicht die frauen die hat nur ein hit bekommen oder so ja ich bin auch klar war irgendwo ganz nah so ich hoffe es passt hier oh hier ist noch ein redstone oh gold oder ist das eisen oh gott alter mein herz dachte du ne das kannst du jetzt nicht machen ey oh man ich kam mir gerade vor wie ein baro respektive dann in unserem projekt also wenn das passiert ey dann bist du einfach so in panik oh gott aber zum glück nichts passiert aber ich habe voll wenig schaden passiert ich dachte ich sei dann viel schneller dauerl aber mich die eisenrüstung einfach krass geschützt ja warte mal dann ist ja hier eine höhle oh jetzt habe ich abgewohlen habe mir noch kurz den gang sozusagen zu ende dann gehen wir mal in diese höhle ob man was da auf uns wartet und das hier kurz weg so aber die geht nach oben wir müssen nicht nach oben eigentlich und wir gehen trotzdem mal vielleicht geht sie wieder runter hier ist diese bläder maus hallo das gold oder ne das ist glaube ich auch nur in eisen ja das ist nur in eisen das ist wahrscheinlich auch nur in eisen so ja seht ihr hier geht es wieder runter aber das dort ist gold oder und dann leuchtet das nur so krass so oh gott oh scheiße geht hier richtig party ab auch auch ne auch ne mal weg hier okay perfekt glaube ich jetzt einfach gar nix ist klar aber die fackeln leuchten irgendwie extrem wenig aus hier hinten hat es auch noch lapis das ist auch gut ist das ne ist so ein eisenspitzer auch noch redstone auch noch redstone auch noch redstone das ist ne das ist nur eisen oder gold ne das ist gold ne eisen so hier noch lapis von so hier noch lapis von noch mal lapis noch mal lapis ne hier auf jeden fall zombies oder sind noch andere monster oh gott oh gott ist noch eins oh gott der hügel ist jetzt zwei oh scheiße ich bin wieder fast am verrecken da so jetzt sind wir sind und dann wir sind kurz ein bisschen zurückziehen erstmal kurz was essen und dann ja haben wir kein schwert mehr trotzdem müssen wir alles zurück naja greifen wir die halt in der nächsten Folge an das heißt die Folge ist ja auch schon übertrieben lang naja was soll's ok dann wenn ich jetzt noch kurz offscreen zurück dann würde ich sagen was ist mit dieser Folge Minecraft bis zum nächsten Mal Leute ciao oh is it what do you see as it twists the tiles beneath all my feet what do you see what do you see